um mein Kohl ich kann nicht mehr na gut achte ich wirklich dass er außerhalb der Vergangenheit noch keiner geschafft Scheiße Mede Scheiß drauf Oh mein Kopf Na was will es jetzt zu Ende haben man kann nicht beisern so ne Kacke Oh mein Gott ey heißt das ich hab geschafft Na klar hab ich es geschafft reicht mir ja hast du hier das passiert damit dir die Kette gibt Yeah Fürstenzertifikat erhalten Juhu Wurstbrot ich komme Judy Sterbliche werden nun wieder rasten Ja tschüss Okay So Ich geh weg Hallo Bitte Ich geh weg Hallo Ah Danke Dann will ich mal zu rasieren So Mein Gott Oh Ich weiß nicht was ich sagen soll Na gut mal Oh weh Oh weh Oh weh Hier ich hab's geschafft Ui Hätt ich gesagt nicht erwartet Aber kannst du es auch beweisen Übrigens äh der Maße ist ein Urlaub deswegen ließ ich vor Weil ich hast du auch einfach die ganze Zeit im Zusammenhang verboten ist getan Diese Aussage Ernsthaft Natürlich kann ich das beweisen Hier ein Zertifikat Das beweis dass ich die Prüfung geschafft habe Irgendso geschnillt hat ja irgendwie mal gehackt aber na gut Das war nochmal Hm Das sieht aus meins Wenn ich das bekommen habe Du scheißt also die Wahl zu sagen Wie versprochen bekommst du Ja bekommst du Jetzt die Kette Yeah Halskette halten Juhu Endlich kann ich mein Wurstbrot abholen Äh wofür war ich nicht mal die Kette Und endlich hab ich meine Ruhe Gibt es das Wurstbrot auch für mich Alex Ich hab auch die Story längst wieder vergessen Ähm Endlich machen Man sieht sich Nein Ich denke nicht Ja stimmt wohl Tschüss Ich gehe nie wieder zurück Spiel geschafft Machs gut Bye Oh Rasiel ist tot Tschüss Rasiel So eine Kacke So Was das Komm Das war das Spiel von Maaßen Yeah Ich hoffe ihr hatte Spaß am Spiel Ja hahaha Du Das Spiel wurde für ein Konzert auf dem Maker Settpunkt der Schält Besuch uns doch mal Na klar Mein Arsch ey Ich bin dank Geht an Magic Maker für das Zielbild Danke nochmals Ja toll ist die Bild Danke Ein Dankeschön auch an die Mutiger Sehbis überlebt haben das Spiel zu testen und durchzuspielen da war auch noch ein Danke an dich danke, bitte, vielen Dank fürs Spiel Marston, Fazit, eh, EKF zu spiel, zum Aufregen ja, was kann ich dazu noch sagen es war cool, irgendwie schon, aber nee, mehr soll ich sagen, es ist ein Rage-Spiel es reicht mir, ich hab's geschafft, ich hab' keinen Bock mehr und werde das wohl wahrscheinlich nie wieder im Leben anrühren von daher, ja, bleib' ich viel zu sagen, als vielen Dank, gute Nacht und danke nochmal für's Zusehen und danke für alle, die erst durchgestanden haben bis zum nächsten Mal, sorry, sorry, and see you next time ciao